Was bedeutet, dass ich gleich ein Liedchen singen werde? Schau dich um, du wirst es nicht. Bereuen keinen dieser Düfte darfst. Du scheuen, lass es zu, dein Herz wird dich erfreuen. An dem herrlichen Freundschaftsfest. Auch Kleinigkeiten Freude machen, das wird hier sehr gern gesehen. Spielzeug kuscheln, warme Sachen, manche Erinnerung bleibt bestehen. Die Zeit ist reif für die Präsente, Groß, Mittel oder Klein. Was in dem Leben wirklich zählt, muss nicht was Großes sein. Was es alles gibt, ist nicht zu fassen, dieses Fest darf keiner hier verpassen. Denn auf eines könnt ihr euch verlassen. Es wird gelingen, das Freundschaftsfest. Mit den Getränken lässt sich's leben. Ein jeder fühlt sich frei. Es macht glücklich abzugeben. Probier's aus und sei dabei. Die Zeit ist reif für die Präsente, sie lassen niemanden kalt. Gemeinsamkeit ist gut und fördert den Zusammenhalt. Die Zeit ist reif für die Präsente, das ist wunderbar. Der Grund fürs Freundschaftsfeuerfest ist jedem sonnenklar. Ja, der Grund fürs Freundschaftsfeuerfest ist jedem sonnenklar. Mit den Freunden hier zusammen zu sein. Mit den Freunden hier zusammen zu sein.